Heyo Leute, herzlich willkommen zur ersten Buchreview, Buchrezension, ich habe noch keinen Namen fürs Format, mir wird noch was einfallen, auf BotLukas und ich habe jetzt relativ eindeutige Antworten auf meine Umfrage vom letzten Mal bekommen. Ich habe ja da quasi mal zur Auswahl gestellt, ob ihr das lieber als Facecam Video haben wollt oder mit so erstellten Grafiken, die quasi das untermalen, was ich sage. Die Antworten waren doch relativ eindeutig, dass ihr gesagt habt, ja, ja, mach mit Facecam und so weiter. Also habe ich mir gedacht, gut, wenn alle das so sagen, dann machen wir das halt. Vielleicht kann man ja beim nächsten Mal, je nachdem, ob ihr sagt, ja, so ist es cool oder wir wollen das andere trotzdem mal sehen, das dann nochmal so machen oder wir behalten das so bei. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, wie es euch jetzt zusagt. Und ich habe mir für die erste Buchreview ein relativ spezielles Buch ausgesucht und muss deswegen eine Sache vorweg schicken. Es ist ziemlich abartig. Also es ist wirklich sehr, sehr abartig. Also wenn ihr Probleme mit sowas habt, mit Gewalt, sexueller Gewalt auch und so weiter. Ich werde natürlich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich auch damit davon ausgehen muss, dass da viele Kinder zugucken. Aber ihr müsst es euch nicht angucken. Das möchte ich euch nur vorweg schicken. Dann ist es natürlich so, dass ich versuchen will, diese Rezension einigermaßen spoilerfrei zu halten, werde allerdings bei Büchern, wo ich der Meinung bin, das ist ein wichtiger Part der Rezension, werde ich das mit einbauen. Ich werde Spoiler einbauen. Die werde ich allerdings ganz klar vorweg schicken, wann die kommen und werde es nach Möglichkeit einfach so ans Ende packen. Dass ihr nicht zwischendrin einen Part habt, wo ihr sagt, okay, den kann ich jetzt nicht gucken, sondern dass ihr das Video gucken könnt und dann am Ende kommt nochmal so ein extra Block Spoiler, sag ich mal. Und da könnt ihr dann eben entscheiden, ob ihr jetzt weitergucken möchtet oder nicht. Bevor wir jetzt aber zu viel Zeit mit irgendwelchem organisatorischen Bullshit verbringen, beginnen wir einfach. Das Buch, das ich euch vorstellen bzw. in dem Fall rezensieren möchte, ist Big Head von Edward Lee. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich halte es euch mal vor die Kamera. Da. Und hier oben die weiße Schrift am Rande. Ich lese vor. Von dem Autor Jack Ketchum. Lustig, böse und pervers bis an die Grenzen der Menschlichkeit. Ja, dann die Rückseite. Ich zeige die euch auch mal, werdet ihr euch aber auch gleich nochmal vorlesen. Ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera so gut erkennen kann. Die Überschrift dürftet ihr lesen können. Ein brutaler obszöner Thriller. Und unten ganz wichtig. Moment. Der Verlag warnt ausdrücklich. Ich werde euch das, falls ihr es jetzt wirklich nicht erkennen konntet, weil ich glaube, die Kamera nimmt nur zwei Frames pro Jahr auf. Ich lese euch erstmal vor, worum es geht. Und dann auch noch die Warnung des Verlages, weil das finde ich doch sehr interessant. Also, ein brutaler obszöner Thriller. Nachdem sein Großvater gestorben ist, sitzt Big Head ganz alleine in der Hütte, irgendwo im tiefen Wald von Virginia. Als das letzte Fleisch verzerrt ist, treibt ihn der Hunger hinaus in die Welt da draußen, von der er bisher nur von seinem Opa gehört hat. Wer oder was ist Big Head? Wieso hat er einen Kopf so groß wie eine Wassermelone? Ist er ein mutierter Psychopath? Was auch immer er ist, Big Head ist unterwegs und hinterlässt eine Spur aus Blut und Grauen. Richard Layman schreibt dazu, Edward Lee, das ist literarische Körperverletzung. Und jetzt Achtung! Der Verlag warnt ausdrücklich. Edward Lee ist der führende Autor des Extreme Horror. Seine Werke enthalten überzogene Darstellungen von sexueller Gewalt. Wer so etwas nicht mag, sollte die Finger davon lassen. Für Fans dagegen ist Edward Lee ein literarisches Genie. Er schreibt originell, verstörend und gewagt. Seine Bücher sind ein echtes, aber schmutziges Erlebnis. Ja, soviel dazu. Ich habe im Internet viel über das Buch gehört, dachte so, weil ich bin auch jemand, der sehr gerne so Horror-Thriller-Kram liest und so weiter. Normale Krimis sind mir zu langweilig, so nach dem Motto, da ist jemand gestorben, wir ermitteln jetzt. Und befragen mal die Witwe und wir befragen mal den Nachbarn. Das ist mir zu wenig packend. Da muss immer irgendwie was passieren. Ich will da angeheizt werden. Und ich habe die Rezension von dem Buch gelesen, dachte mir so, Big Head, klingt ultra geil, klingt voll verstörend und so weiter. Und habe es mir dann bestellt und habe es jetzt durchgelesen. Und will jetzt mal noch nicht so viel vorweg schicken. Das kann man dann langsam so aufdecken, wie es für mich im Endeffekt war. Aber man muss erst mal sagen, es beginnt eigentlich sehr abgefuckt. Also es steigt eigentlich direkt ein mit irgendwelchen brutalen Morden, sexuellen Übergriffen und so weiter. Was ich sehr interessant fand an der ganzen Geschichte, war einfach die Tatsache, dass immer wenn aus der Sicht, also es gibt verschiedene Sichtweisen, vielleicht sollte ich damit mal anfangen. Ihr merkt, ich mache das jetzt gerade zum ersten Mal. Es gibt verschiedene Sichtweisen. Da ist einmal eben der Big Head, ein offensichtlich entstelltes Psycho-Vieh, das durch die Wälder streift, mordet, vergewaltigt, alles. Dann zwei so, ja, ich nenne es jetzt mal Redneck-Typen, die, es wird eigentlich anfangs gesagt, dass die auch so ein bisschen Verbrecher sind, aber die machen eigentlich auch nichts anderes als morden und vergewaltigen. Also die machen eigentlich abseits davon nichts. Die gehen mal ein Bier trinken zwischendrin, aber das war es dann auch. Dann haben wir einen Priester, der irgendwie früher Army-Guy war und jetzt halt, ja, keine Ahnung. Er ist jetzt Priester, wird aber immer wieder von krassen Albträumen, die halt auch eigentlich nur mit sexuellen Übergriffen und so zu tun haben, geplagt. Und dann sind da noch zwei Mädels. Die eine ist Reporterin, möchte einen Artikel schreiben. Die andere ist, das ist im Text nicht wirklich rausgekommen. Sie ist die Tochter von einer Hotelbesitzerin dort, oder, nee, die Nichte. Und die beiden Mädels lernen sich halt kennen. Und das sind so die Sichten, aus denen gespielt wird. Das sind so die beiden Mädels, der Priester, die Rednecks und der Big Head. Und das Besondere bei den Rednecks und dem Big Head ist halt eben, dass die eigentlich diese krassen, das Böse darstellen in dem Falle. Aber so wie es geschrieben ist, so wie erzählt wird, ist es voll primitiv. Viele Rechtschreibfehler, also absichtlich in dem Falle offensichtlich. Umgangssprache, ich lese einfach mal hier was vor. Da hatte er auch noch nicht viel von gehabt. Nur ab und zu mal eine Puppe, die sich verlaufen hatte, als er die ganzen Jahre mit seinem Grandpap im Unterwald gewohnt hatte. Unterwald, so hatte Grandpap immer dazu gesagt. Hier im Unterwald, Big Head, müssen wir uns kein Kopf um die Welt da draußen machen. Die Welt da draußen? Big Head hat sich schon immer gewundert, was das sein soll, weil er es nicht kannte. Er wollte immer dahin, aber Grandpap sagte immer, dass die Welt da draußen nur ein böser Ort mit bösen Leuten war. Und hier ging es ihnen viel besser. Aber jetzt war Grandpap tot. Und das ist es eben, das ist so eine primitive Sprache, das ist immer so, da werden auch die Gedanken von ihm immer so ganz komisch dargestellt, so nach dem Motto, Big Head war nicht so ein Trottel wie die anderen, no sir, und so weiter. So wird das geschrieben. Das fand ich am Anfang ziemlich interessant, weil dann immer die Passagen mit dem Priester und den Mädels kommen und die sind dann ganz normal beschrieben. Also wenn ich jetzt hier einfach mal irgendwo aufschlage, schauen wir mal, ich werde auch fürs nächste Mal, wenn ich wieder ein Buch vorstelle, werde ich mir die Szenen markieren. Das ist mir jetzt nur spontan eingefallen, dass ich das auch mal vorlesen möchte. Also einfach normal erzählt, da muss ich jetzt auch nicht viel beschreiben, das ist einfach ganz normaler Inhalt eben. Und ich fand eigentlich diesen Kontrast, so dieses abgefuckte Slangmäßige und dann aber auch wieder die normale Erzählung, fand ich ziemlich interessant. Das Problem, was ich einfach nur die ganze Zeit hatte, gerade mit den bösen Instanzen im Buch, war, dass eigentlich nichts in irgendeiner Form an Handlung drin war, sondern eigentlich wirklich nur eine Aneinanderreihung von Obszönitäten war. Ich kann es auch wirklich schlecht weitergeben oder wiedergeben, was da geschehen ist, weil es einfach zu explizit würde. Es ist einfach, ich sag mal, Mord, sexuelle Gewalt, alles gleichzeitig, Verstümmelungen, auch gleichzeitig mit dem anderen. Und eigentlich alles, was man dann zum Beispiel auch noch mit einer Leiche anstellen kann, wird in diesem Buch gemacht und auch über eure Vorstellungskraft hinaus. Und das ist schon harter Tobak zu lesen. Jetzt muss ich allerdings auch sagen, ich bin, wie ich schon eingangs gesagt habe, Horror-Fan. Aber das ist für mich kein Horror in dem Sinne, also nicht meine Art von Horror. Horror ist für mich etwas, wo ich sage, das ist eine gruselige Stimmung, das ist erschreckend, schockierend. Das, was da dargestellt wurde, würde ich weniger in diese Richtung eingliedern, sondern mehr einfach nur abstoßend. Und ich weiß nicht, wer von euch die Serie South Park verfolgt, da gibt es eine Folge, da wollen die ein Buch schreiben. Und weil die ein provokatives Buch schreiben wollen, machen sie einfach nur so eine Aneinanderreihung von wegen Pipi, Muschi, keine Ahnung was, einfach nur so irgendwelche schlimmen Wörter aneinandergereiht. Und das kommt dann voll böse an und schockierend und bla. Und ich habe einfach das Gefühl, das ist bei diesem Buch hier genauso. Und ich finde es halt dahingehend schlimm, weil hier die ganze Zeit davon gesprochen wird, dass dieser Autor ein Genie des Extreme Horror sein soll. Aber ich kann auch sowas hinschreiben wie er, hm, 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 ihre und so weiter und so fort, kann das einfach schön aneinanderreihen, dass es möglichst eklig klingt. Das ist für mich keine Genialität. Blöd gesagt, sagen wir mal ein genialer Mörder oder so, ihr könnt entweder mit einer Axt einen zerhacken, das Blut spritzt und alles auseinanderfliegt. Oder ihr plant einen Mord sorgfältig mit Falle und keine Ahnung was. Und dieses Buch, die Gewalt und der Horror in diesem Buch, sind einfach plumpes Zerhacken, kein, äh, da ist keine Finesse dahinter. Da ist nichts, wo man sagt, wow, das war jetzt wirklich makaber ausgearbeitet, das hat eine Atmosphäre transportiert. Das ist einfach nur, oh, er fängt eine Frau und dann, und das war's dann. Und jedes Mal wieder. Und das Problem ist einfach auch, dass einfach alles, dieser gesamte Kosmos, auch die Figuren, die normal und gut sind, die scheinen sich nur um Sex zu drehen. Der Priester, wie gesagt, auch der träumt die ganze Nacht nur davon, lebt eigentlich im Zölibat, aber fühlt sich natürlich trotzdem voll zu der einen Tussi, dieser Reporterin, glaube ich, hingezogen. Die eine von den beiden Tussen ist total in die andere verliebt und fühlt sich voll zu ihr hingezogen und will mit ihr schlafen, aber traut sich nicht, es ihr zu sagen, während die andere Tussi Nymphomanin ist und einfach mit jedem ins Bett springt, Bett ist hier stellvertretend für Boden, Schuppen, Seitengasse, alles. Und ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, jetzt kommt wahrscheinlich, irgendwo muss sich die Handlung entwickeln, irgendwo muss dann ein Punkt kommen, wo ich sage, jetzt geht es in eine Richtung, jetzt ergibt es Sinn. Und was natürlich irgendwann passiert, die Figuren treffen alle aufeinander. Das ist so der Climax, der ist aber quasi ab Seite 1 ist der klar. Ich habe meiner Mutter nur erzählt, ja, ich lese gerade das Buch und da passiert das und das und sie so, ja, das ist doch klar, da werden die Figuren aufeinandertreffen. Und nie, nie, war auch so. Also sie hat von, nur von meinen Erzählungen her hat sie genau gewusst, was passiert. Und das zeigt schon, wie viel Genie da im Endeffekt dahinter steckt. Ja, nee, und deswegen, also genial finde ich es in keiner Weise, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Was die Entwicklung und das Entspinnen der Handlung angeht, ist es eben auch so, man denkt die ganze Zeit, jetzt muss irgendwas kommen. Und es passiert einfach nichts. Es ist einfach nur dieses, wie sich die Figuren langsam näher kommen und halt ihre eigene Scheiße nach wie vor durchziehen. Seien es Morde, seien es heimlich verliebt sein. Und da soll quasi diese gesamte Vergangenheit von Big Hat und so weiter, die soll auch so ein Mysterium sein, was langsam im Buch dann aufgedeckt wird. Das wird aber die ganze Zeit nicht getan, bis auf die letzten 30 Seiten, wo dann so, pff, wir erzählen euch alles. Alles. Und dieses Alles ist scheiße. Und jetzt komme ich eben zu dem Part, wo es ein bisschen spoiliger werden wird. Allerdings vorher, bevor ihr jetzt ausschaltet, gebe ich jetzt schon mal eine Rezension, eine grundlegende Rezension ab, damit eben die Leute, die den Spoiler nicht mitkriegen, wollen trotzdem meine Wertung mitkriegen. Dieses Buch, Big Hat, ist nicht gut. Es ist wirklich nicht gut. Es ist in keiner Weise spannend geschrieben, nach dem Motto, er schleicht sich an sie ran, wird sie es noch schaffen, ihm zu entkommen und so ein Kram. Nein. Es ist einfach plump. Er reißt die Tür auf, hört sie am Kopf und... Und weiter. Es ist nicht schön geschrieben, es ist nicht ansprechend geschrieben. Der Horror, der dargestellt wird, ist kein guter Horror. Es ist einfach plumpe Gewalt. Wirklich ohne eine Finesse dahinter, meiner Meinung nach. Und ja, also ich bin maßlos enttäuscht. Es wurde als krassestes Horror-Ding überhaupt gehypt. Ich habe es gelesen und fand es blöd. Ich fand es wirklich blöd. Und das ist schade. Es kostet 13,95 Euro. Der Einband kommt mit so einer leichten Lederbeschichtung. Ich glaube, das kann man jetzt in der Kamera nicht erkennen. Vielleicht, wenn ich so ein bisschen ins Licht halte. Also ihr seht es vielleicht, wenn man da mit den Fingern drüber geht, merkt man das halt so ein bisschen. Wir haben übrigens 14.38 Uhr. Das ist genau der Zeitpunkt, wann Kirschturmuhren losklöngeln müssen. Warum auch immer. Ich mache einfach weiter. Oder Pause. Ich mache kurz Pause. So. Die Kirschturmuhre hat sich wieder eingeklingt. Und dann darf ich jetzt also zum Spoiler-Part kommen. Es ist so. Dieser Priester wird die ganze Zeit von Satan gelenkt, der ihm in Visionen erscheint und ihm quasi sagt, hier, du musst dies und das machen, das ist das Beste für dich. Und weil er sich aber als Jesus ausgibt, Satan, wird der Priester quasi in eine Falle gelockt. Und die quasi am Ende dann zuschnappt, ihn tötet und so weiter und so fort. Das Highlight ist aber eigentlich die Story hinter Big Hat und der einen Hauptfigur. Also einer von den Tussen. Und zwar kommt dann raus, dass die beide verwandt sind. Und ihr Vater war ein Außerirdischer, der in einen See gestürzt ist, danach eine Frau vergewaltigt hat und die hat dann zwei Kinder bekommen. Das eine war eben dieses Mädel, das andere war Big Hat. Und dieses Mädel ist dann am Ende quasi schwanger und hat dann eine neue Alien-Brut im Bauch. Und ja, das ist so der große Twist und der große Schocker am Ende. Also ein Außerirdischer, der zwei Kinder gezeugt hat und diese Kinder sollen dann die Alien-Brut weiter auf der Erde verteilen. Als ich dann die letzten Seiten gelesen habe, habe ich echt gedacht, was für ein Scheißdreck. Was für ein totaler Scheißdreck. Und war echt enttäuscht. Weil wie gesagt, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich irgendwo noch überzeugt werde. Dass ich am Ende denke, hey wow, das ist jetzt aber ein guter Twist oder sowas. Nö, nichts. Gar nichts. Es ist einfach wirklich blöd. Das klingt, als hätte so ein, keine Ahnung, so ein pubertierender, blutgeiler Jugendlicher gesagt, boah, ich will jetzt irgendwas mit Sex und Gewalt und der Teufel und Jesus und Außerirdische. Das ist meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, nicht genial. Wirklich nicht. Und ich habe hier zum Beispiel, ist hinten auch noch ein Autorenporträt drin. Da steht, Edward Lee, geboren 1957 in Washington, D.C. Nach Station in der US Army und als Polizist konzentrierte er sich lange darauf, vom Schreiben leben zu können. Während dieser Zeit arbeitete er als Nachtwächer im Sicherheitsdienst. Nachtwächter. 1997 konnte er seinen Traum endlich verwirklichen. Er lebt heute in Florida. Er hat mehr als 40 Romane geschrieben, darunter den Horror-Thriller Header, der 2009 verfilmt wurde. Er gilt als obszöner Provokateur und führender Autor des Extreme Horror. Big Head wurde das Most Disturbing Book genannt, das jemals veröffentlicht wurde. Also das verstörendste Buch aller Zeiten. Mancher Schriftsteller wäre über solch eine Einordnung todunglücklich, doch nicht Edward Lee. Er ist stolz darauf. Unverdient. Es mag verstörend sein, auf eine ekelerregende Art und Weise, aber es ist kein guter Horror. In meinen Augen. Aber es steht jedem von euch zu, sofern er alt genug ist und scheiß zu lesen, sich für 1395 selbst eine Meinung zu bilden. Meine Meinung habt ihr jetzt gehört. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo ich an der Stelle nochmal dazu aufrufen oder darum bitten darf. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr mit dieser Art der Review zufrieden wart, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt und so weiter und so fort. Ich habe auf jeden Fall noch einen Haufen Bücher hier stehen, die ich euch gerne mal vorstellen möchte, kann und werde. Aber natürlich nur, wenn ihr generell auch sagt, ja, so wie es ist, ist dieses Format cool oder dies und das könnte man auch anders machen und so weiter. Wie gesagt, ich werde mir das nächste Mal auch ein paar Stellen, die ich vielleicht vorstellen möchte, direkt markieren, dass ich nicht ewig im Buch rumsuchen muss. Werd aber ansonsten es soweit beibehalten, wie ich es jetzt heute gemacht habe. Dann darf ich euch an der Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen danken. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Schönen Tag noch. Tschüss.